Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel bei King Art. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon. Schauen wir mal, was wir hier alles machen können. Rote Punkt 1. Ich habe fünf Stück. Bei neun würde ich einen zusätzlichen kriegen. Das ist gut. Habe ich aber nicht. Dann haben wir hier noch etwas. Zwei Geschenke. Soziales. Das ist doch sozial. Natürlich spannende Nachrichten mit Sachen. Und. Ach ja, wohl. Abholen. Und, das war es dann, oder? Das war es mit den roten Punkten. Schauen wir uns mal den Bauernhof an. Okay. Dann schauen wir uns die Mine an. Abholen. Okay. Da war noch was. Mika. Hier haben wir noch was. Alle arbeiten auf dem Bauernhof. Auf der Mine. In der Mine. Geschenkabholen. Da oben ist noch etwas. Wow. Wie. Mein Sohn. Steven Faraday. Muss da noch was machen. Die Herkunft wahrscheinlich. Ah. Ne. Dann nehmen wir den. Harkin. Wie war das gewesen. Wie war das gewesen. Wie war das? Wie war das gewesen. Wie war das gewesen? Das schaffe ich glaube ich nicht. Das ist klar. 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 Egal. Das schaffe ich nicht. Doch. Gut. Ich dachte ich muss noch alles einsammeln. Nein. Das wäre nämlich nicht mehr gegangen. Das ist klar. 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 Jetzt wird steil runter, dann gehe ich nach rechts. Und down ist er. Ja! Gut, haben wir alles gemacht, in der Menge wieder, was haben wir da jetzt, ne, kein Gold. Oh, da. Der Wolf hat gewonnen. Ich will make you proud. You want to be my sparring partner? Okay. 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 Ja, das ist gut. Max, bestätigen. Max, bestätigen. Okay, sie ist fertig, er ist fertig, er ist fertig, alle fertig. Da oben ist nochmal etwas, schon wehr, der Junge. Ja, also da komme ich offensichtlich weiter, keine Ahnung warum. Okay, dann schauen wir, was noch da ist. Auf 68. Okay. 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 Lauf! Rente durchgekne durch. Gut. Oh, jetzt haben wir den Bosskampf nicht gesehen. Oh nein, wir werden die Hier haben wir den Bosskampf nicht gesehen. Naja, da haben wir schon gesehen. Und das was ich schon gesehen habe, die wirst die Kaffee nicht gesehen haben. Das war das jetzt bei den Bosskampf nicht gesehen. Bis dahin von der Kaffee noch nicht gesehen. Hm, was muss man hier machen? Gefühlt? Das ist wirklich gut. So ist es genauso wie gewonnen mit, als nicht. Sie müssen die Bösen probieren. So sehen Sie ein bisschen mehr abläufe. So sehen Sie sind dann schon mal abläufe. So sehen Sie sich da abläufe. So sehen sie bald ein bisschen abläufe. So sehen Sie ein bisschen abläufe. So sehen Sie ein bisschen abläufe. Ich habe viele Möglichkeiten. Gut. Geht hier nur rein. Und wie viel kommt jetzt dazu? Genau. Ja. Beim nächsten Mal. So. 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 Fähigkeiten und Herbe So, haben wir das auch geklärt. Spätestens, ich muss gleich zum Zahnarzt. Okay. Ich muss langsam aufhören. Dann haben wir noch mal was Rotes. Hier haben wir noch mal News Und da haben wir noch mal Oh, da habe ich was vergessen. Mine? Und da oben haben wir Herausforderung. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Naja. Ich würde mal sagen, das war es dann auch schon. Mit den roten Punkten für heute. Ich glaube ich müde. Bestätigen. Ich hole meinen TikTok und sage, Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nicht mal besser seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. Bis dann! Bis dann, bis dann. Bis dann! So. Untertitelung des ZDF, 2020